Da Heute breche ich rekorde, damals war ohne Früher war ich ehren, heute trage ich war ohne Ich sagte meinem Manager, die keinen Gold sehen Da machen alles okay, ja wie ballern los, ey Heute breche ich rekorde, damals war ohne Früher war ich ehren, heute trage ich war ohne Ich sagte meinem Manager, die keinen Gold sehen Da machen alles okay, ja wie ballern los, ey Auf meinem iPhone schreibe ich vielmehr in den Eiffel Zubi Beats Kapi Samra, zähl wie Danila Mich an, Goldfamilie und das FK Wir sind Stars, aber ticken so wie die Lila Wird an ihm Kamara mit 300 K im Hahn Kapi Samra, zähl wie Danila Wer drecks Bulle hält mich an, ich habe nix gestohlen Plane eine Flucht über Holland oder Polen Ich hab Alkohol im Blut, in der Lebenszicker 60 Schmille und der Polizeibeamte lässt mir nur die letzte Kippe Ich bretze asozial die Stimme, sie ist raub Nase wieder mal gebrochen, Auge lila, grün und blau Mach den Lieferwagen auf, gucken, liegen schon nie laut Waller, ich geh über Langschen, doch nie wieder in den Bau, ra Im Jogging-Axhut von Milan Lila in der Tasche und wir rollen in Bima Kunden rufen an und ich muss sie beliefern Wahre Brüder fallen Liban und Ukraina 100 Gramm Haschplatte in der Hosentasche Doch kann ich gifeln, ich komm gerade von der Psycho-Lachse Es riecht nach Olympia, Paco Rabanne Wenn ich in Bar mit der Katte lerne Kasse bezah' Heute breche ich Rekorde, damals so unheimen Ich hab nur meine Manager, die keinen Gold sehen Ich bin normal, das ist auch okay, aber wie Baller los Auf meinem Rekord schreib ich viele Mal in der Hosentasche Es wird wieder in dieser Augen Und jetzt bin ich Lieder, okay, ich war ein Lieder Da ist gleich bin es wieder, ich bin Champions Liga Während ich gerade am Wachen und Lachen Ich bin, weil die Jungs hier am Lachen Die Pizze nicht weg, ich weiß, ihr habt recht Ich basis potensiersende recur in reggae Lal ihrל, nieder wenn man die Rekord Ich war heute in Jungs, ich habe auf den皮 Händen, referendum ich sehr laut Ich bin, weil die jungen hier, ich bin Ich diese Händen, ich bin cool Auf generos победte, ich bin triple Oder wenn ihr die Jungs hier, darf ich mal Ich bin, weil die Jungs hier, du das ganz hebt Kiste auf und das ist Patan 1994 Rekordница Na wenn dir das überhaupt puedo peace leute was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuen video auf diesem kanal und ja leute heute wollte ich auf jeden fall auf loredana mehr reagieren neue musikrap und ja leute ich würde mal sagen let's go auf einmal kennen alle meine ich hab keinen plan ich hab keinen plan ich hab keinen plan alle machen auge doch ich hab es mir verdient also bis jetzt ist schon nicht schlecht also ist schon gut leute also das ist nicht schlecht irgendwie ist es so voll weiß nicht irgendwie ist es voll langweilig also ja ich guck bis ende was dann passiert heute breche ich rekorde damals ohne früher bin ich hier und heute trag ich frau nehmen ich sagte meine manager die keinem gold geht aber man alles ok ja wie ballern los eh heute breche ich rekorde damals ohne früher bin ich hier und heute trag ich frau nehmen ich sagte meine manager die keinem gold geht aber man alles ok ja wie ballern los eh auf meinem iphone schreibe ich will mal in den lachen du wirst geh dich nieder hm 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 ich mein nieder da ist der ns wieder ich bin champions diga 0 bb oh kollege was ist los warum redest du so viel ja ich habe den gefickt zusammen mit harin sie hat gesagt mit dem ziel sie hat sogar arsch gegen du kleiner hundesohn wirst du jetzt so weiter reden auf einmal wird er frech klingt an zu schreien redet mit dem schrägerei das heim als du gängst er sein er sagt er ballert auf mich und meine bras ok kollega wird es keine spaß ich schreck direkt auf auf tape y Ich fahre mit Berado in Panamera Ja, wir rollen dafür auf Kaffa, Leila, Leila Scheiß hat in dem die Brille, wie aus deine Augen rot Meinte, ich wolle noch 10 Mill, weil ich mir noch irgendwas hol Pardomachschlager eins, ich finanzabwoll nur seit ich weiß Ich komme 30 für eine Haft und habe ein paar tausend weg, ich scheiße drauf Ich versäge die Szene mit Brille, so gut die erste Woche mit Plan Oh, so viel kriegst, dann gern kein, habe doch doch viel gezahlt Ich hatte Mut gebeten, fix, fix, okay, du tust nicht jeden Meine Flosjahr hat dann durchgegeben, die kaufe ich schon in Zähne, kleine Heute breche ich ne Korde, damals noch, nee Früher war ich irgendeine Untertrag, ich frau, nee Ich sagte, meine Männer, ja, die können Gott sein Komm, am alles okay, ja, wir ballern los, ey Ja, wir bajen ein, dass wirло, nee, nicht vor Uuuuuooh oh 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 pro vars-, uu-u, uh oh 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 Aktivist da, freu mich socken Und auf Wartat Battle Royale und kaufe mir Battle Pass, ja, ja Sie sind 10 Sekunden, Pico Siehst du nicht, ich will nur Skins kaufen Wenn euch diese Rap Gefallen hat, gib einen Daumen Nach oben, abonniert meinen Kanal Damit ihr nix mehr verpasst Aktiviert Die Glocke Das war nur ein Trailer Ciao Yeah Hau den Code auf Ehrenbasis rein Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen Warte meine Worte in Lines Creative Code für den Ripe Ey Quimax OG Ihr wisst, muss scheinen Warte meine Worte in Lines peace leute was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuen video auf diesem kanal und ja leute wie ein titel sieht heute sorge ich auf jeden fall nur mit blauen waffen und ja leute man darf keine waffen außer blaue waffen nehmen und ja leute abonnieren und liken nicht vergessen mit glocken und ja leute ich hoffe das video gefällt euch und let's go mit dem video ich habe eine großfamilie und das lkw wir sind stars abatiken so wie die inla aber dann in kamerometra und da kein man gab es aber zehn wieder linda la 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 baby komm wir geh Richtung wolken ziehen aber uns kann's keiner sehen und ich weiß du stehst auf mehreren ich komm in den jaspera als ich heute video gemacht habe waren null klicks null films null abos peace leute was geht ab herzlich willkommen zu diesen neuen video auf meinem kanal und heute wollte ich ich habe zwei controller und die beide sind also die beide funktionieren und ja leute also der hat kein akku und der taku also denkt nicht dass das kaputt ist ich wollte heute meinen controller kaputt machen also ich habe noch einen controller aber die beide funktionieren also leute ich zerstöre diese controller aber dafür müsst ihr einfach 100 likes geben oder weniger wenn ihr wenn ihr also wenn ihr schafft 100 likes zu geben dann mache ich auch das hier kaputt das ist das passt